Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... BrainerCraft 2 Bitte bei 85 wieder und ein kleiner Wuff Hallo Wuff bitten das Ding hier unten anzuschließen dass du eben wie ein Kabel da oben reinsetzt und dann auf der anderen Seite unten hinsetzt Wenn du endlich mal aufhören würdest mir die ganze Zeit meinen Weg rum zu flattern Ich bin halt ne Biene ähm Eisen dorthin Eisen dorthin und ich brauch diesen Bars Nein, die Beute von Beutus ein Richtig eingestellt jetzt gleich So bitte nicht ans M.E. System oben rumpfuschen, weil ich will nicht nur noch mal anfangen Ich erinnere nur an unser Riesen-Solarfeld vor dem Projekt das gesehen hat Oh Was? Ich glaube, der herrn reagiert nicht, wenn das so unsymmetrisch ist, oder? Äh, doch doch Er leitet Er leitet halt weiter Es kommt rein und die gleiche Menge wieder raus Er ist halt nur ein Durchlauf So ein Auslauf, kann man sagen Auslaufmodell So in der Art Er macht aber Plus Ja, aber du, ich mache jetzt 7000 Joule pro Tick Er hat mir jetzt wieder nicht zugehört Länge der Er verbraucht gleich viel, wie rauskommt Kann da Plus entstehen? Nö Was? Hä? Bei mir jetzt? Ah Yeshi Warte mal kurz, wie viel braucht der denn für Energie? Okay, warte mal kurz, den brauchen wir mal ab Sub, 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 sub Und angeschlossen Die ersten Maschinen werden schon mit 32 Gefüllt Pro Tick Äh Der einzige, was jetzt besser ist als die Kabel, sind die Unendlichen Und die kann ich leider noch nicht herstellen Das weiß ich Warum jetzt auch noch nicht? Also kleine Pummel-Fledermaus Von was haben wir denn genug? Bäume Bäume Wie langweilig es wird, oder könntest du eine automatische Baumfarm bauen? Ja Na, erstmal will ich mal gucken, was wir so alles Ne, davon haben wir nicht genug Oh, ich sehe nicht, dass er es nicht bauen muss Ja, ja, erstmal muss ich gucken Ich will vorher noch was gucken, ob das, wie ich das jetzt zu starten bringe So Noch anschließend mit 32 Dann müssen wir den Kern Jetzt ist eigentlich ein Kern, ja Hier Er ist hier Das anschließend mache ich dann gleich, okay Erstmal gucken, dass das hier alles funktioniert Das sieht Also auch ruhig schön platzieren Ja, in der Luft Da unten auch Von unten kann man so oder so zubauen Also Hier könnte es den schönen in der Mitte platzierst Wenn posant da steht Okay So Echt kein Trichter mehr Nein Muss ich hier noch was bauen Hier Da muss ich mir was bauen Die Platten hast du da jetzt gebaut Okay Muss jetzt hier nach oben auch angeschlossen werden Jupp Ja Jupp Passt Tauscht gerade die Kabel aus Wart Eine Reihe zurück Aber so sieht der geiler aus Okay Brauche ich noch 1 2 3 4 5 6 Stück 5 Stück brauche ich noch jetzt ging ich die kabel aus fertig zwei drei vier das war's wenn er für dich ist leider nicht gelangt das haben wir nicht gehört hier die verbindung wenn sie da abgekappt ist aber eine neue kabel die liegen oben noch 58 dürfen reichen jetzt auf den kiesig macht leute ich hab nichts gemacht naja so wie krieg ich das hier rein doch jetzt hat selbst wieder genug strom ja im e-kern ist fertig müssen wir noch mit strom versorgt werden doch wo kappen wir das ab was gesagt man muss ich brauche noch mehrere richter als herum wetten erleuchtet schon läuft und wir machen kein mieser irgendwie vermutlich guck mal auf meiner seite bitte dahin damals miese auf der seite der masse gar nichts es ist ja auch alles dieselbe seite denn ich alles das gesamte ganz es reicht es geht nicht allzu viel runter aber auch nicht allzu viel rauf dann boah macht es lieber nützlich und mache oben lieber noch ein paar solarzellen hin ich habe ja gerade machen oder sind die vielleicht schon und ich habe gesagt dass man für die platte einen eigenen raum machen wieder so wie beim alten projekt so eine ganze wand voll damit ich habe welche gleich hier rüber mal bauen würde es dann machen immer wenn man steinbruchten ist keine linie achja so äh solar das wird nicht so gehen wenn ich ja keine materialien mehr geht es denn äh alles ist alles ich weiß nicht mehr was du bauen willst weißt du nicht immer ob das so geht überhaupt mit den solar der mit den dingen wenn das so unsymmetrisch aussieht also den den kern ja guck wenn du drauf guckst auf die zahl was draufsteht geht immer 90 75 90 75 und dann hier bleibt gleich vier das steht bei mir das steht bei mir 12 ich glaube das ding ist kaputt auf der einen seite macht das 70 90 und auf der seite machte 12 millionen er hat das sind meine ich ja Bausnummer ab und setzt es neu hin wow aber dann war aber auch nicht gemeint das sind die neuen Abbauern ich bin gerade erschrocken ich bin weg das kann nicht fliegen da ist nicht nur für die flügel machen ja ja was muss ich jetzt weiter machen jetzt gibt es einfach nur eine gerade Schlange so wir brauchen so md3s genau selbe höhe angeschlossen ja kabel verschwenden so jetzt ist er drüben eingefüllt da drüben rausgesogen hier müssen wir jetzt nur noch platte im winter mal weg damit machen wir gerade so viel plus jup output 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 so jetzt dürfte er gerade wieder runter gehen deftig mhm aber jetzt ist überall die gleiche Zahl siehst du das? ja jetzt bauen wir auf bis zu dem Punkt wo es dann nicht mehr ganz gleich ist hier steht der Kappe 12.000 und hier wir sind übrigens durch ne was wir sind durch ok Leute bis zum nächsten mal tschau tschau